ganz schlimm geh auf deinen platz Leica Leica, geh auf deinen platz ich dachte erst schon, es liegt in Patrien weil ich zu viele Patrien einstecken hatte dass die jetzt Batterien mit reingebracht haben oh boah ja, geh ja weg von meinen Baumstämmen ich klatsch dir eher mein Freund stehen wir uns nicht mehr gut, das war richtig ich will ja nicht ob Leiterbahn dabei ist das kann ich dir auch nicht sagen das ist das ist das ist das ist ich will ja nicht in den Baum sterben, ich will ja in den anderen ja klar wer haben wir es denn eigentlich ich weiß nicht 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 im Wald ist jetzt immer ein bisschen dunkler wir sind aber hier bei der Mauer, die wir gebaut haben, uns einfallen lassen weil ich bin draußen drüber springen kann ja die muss noch höher werden beziehungsweise müssen wir sie halt abreißen Weißen. Kann ich ein Wendn sein, ja hinten. Fahrer stirbt. Ich werde langsam für Nachtruhe, hä? Ja, wir haben es gleich um 6 Uhr. Ja. 40. Wunderbar an. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 3. 5. 5. 5. 6. 1. 10. 12. 13. Gott. Das reicht mir schon manchmal. Das ist nicht so viel Piepen. Wieso? Ich habe es nicht beschlossen. Äh. Rutschi? Rutschi, guck mal, sie hat schon was an. Rutschi, guck mal, sie hat schon was an. Ja, auch nicht. Schnuckiii! Dazu brauchst du eine Waffe. Sehr schön. Aber einen Trecker müsst ihr da geben. Okay. Virginia? Die ist erst mal an der Tür. Ich habe meinen hier hingesetzt, dass wir wissen, wo unser Hals ist. Ja, die Pistole von dir kriegst, du musst erst mal weg. Ja. Merk schon. Und da war es weg. Virginia! Äh, wie war das? Hat sie! Trecker! Jetzt können wir so trecken. Jetzt haut sie uns nicht mehr ab. Was ist das? Titzdorf. Wir haben gerade keine Zeit bei dir. Ich möchte gerne, dass du den scheiß Stein dorthin legst. So, was sind denn die anderen Stämme? Blödes Reh! Geh weg! Und in dieser Ecke beschäftigt sie sich auch. Geh weg! Ich versuche hier das Loch hier irgendwie zuzumachen, aber das geht nicht. Weil er das weg... hat er irgendjemand das Ding weggenommen. Das geht nicht. Ich will das hier reinwerfen. Wer hat jetzt bitte den Baum hierher geschmissen? Das ist ja der Enerdings. Warum kann ich denn das nicht einfach wegpallen? Das geht nicht. Virginia! Hi! Das geht nicht. So, spitzen. Handspitzen. What? 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 als feuerholz oh 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 ja 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 Und zack, zack, zack. Ey! Ey! Oh my god. I don't know. I don't know. Okay. Oh? Ja also höher müssen wir es definitiv noch machen. Ich bin doch schon dabei. Du bist doch schon dabei. Ich bin doch da, ey, ruhig. Hallo. Hallo. Ups. 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 So. Ups. Ey du fauler Sack. Ich for die BT welch sie' jetzt sagen. ich meinte ein städter am volk willst du jetzt irgendwas sagen so sollte ich ein fauler sack sein vielleicht redet sie von dir hier das ist und hier 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Soh, das sind wir fahler, Sack. Ne, das ist auch nicht gemein. Soh, das hab ich nicht gemein. Ey! Soh, das ist auch nicht. 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 Soh, das ist auch nicht.